Deutschland Radio Kultur im Gespräch Einen schönen Dienstagmorgen wünscht Britta Bürger. Die Künstlerin Imke Rust pendelt zwischen ihrem Geburtsland Namibia und ihrer Wahlheimat Berlin. Eine weiße Afrikanerin, die in beiden Ländern spürt, dass sie nicht hundertprozentig dazugehört. Sie malt Antilopen und Hyänen, steckt schwarze Rosen in den Wüstenboden, streut spiralförmige Salzkreise auf ausgedörrte Erde und überzieht Felsen mit fluoreszierendem Stoff. Häufig sind es symbolische Kunstprojekte, mit denen Imke Rust vor der massiven Umweltzerstörung warnt, die Namibia durch Uran- und Phosphatabbau droht. Zurzeit dreht sie darüber einen Film. Wie viel Namibia steckt in ihrer Kunst, das werden wir in dieser Stunde erfahren, im Gespräch mit Imke Rust. Das Wort Heimat wird völlig zu Unrecht nur selten im Plural benutzt. Dabei leben doch immer mehr Menschen in mehreren Heimaten. Zum Beispiel mein heutiger Gast, die Künstlerin Imke Rust. Als weiße Afrikanerin pendelt sie zwischen Windhoek und Berlin, den Hauptstädten Namibias und Deutschlands. Und derzeit ist sie hier. Herzlich willkommen, Frau Rust. Dankeschön. Wenn Sie in Deutschland neue Leute kennenlernen, hält Sie vermutlich kein Mensch für eine Afrikanerin, oder? Nein. Und das finde ich auch immer das sehr Interessante und Spannende, dass ich halt deutsch aussehe, deutsch spreche und mich aber sehr afrikanisch fühle. Und wenn ich hier bin, dass halt keiner wahrnimmt. Und entweder, wenn man vorher angekündigt ist als afrikanische Künstlerin zum Beispiel, jeder erwartet, dass ich schwarz bin oder kein Deutsch spreche und dann zum Teil sogar enttäuscht ist, wenn ich dann plötzlich auftauche. Und andersrum ist es manchmal auch so, dass, wenn ich irgendwie etwas frage, was für alle Leute hier völlig normal ist, Leute dann sehr stutzig werden. Zum Beispiel? Ich weiß, als ich am Anfang hier war und das mit der U-Bahn irgendwie überhaupt nicht verstanden habe und dann mal danach gefragt hatte irgendwas, ich weiß es jetzt auch nicht mehr, aber halt U-Bahn bezogen, was wohl völlig normal ist und wo die Leute gedacht haben, ich will sie irgendwie verarschen oder so. Und es war mir einfach total fremd, weil U-Bahn gibt es in Namibia nicht. Sie sind 1975 in Namibia geboren, im südwestlichen Zipfel Afrikas. Die Familie Ihrer Mutter lebte dort bereits seit fünf Generationen. War das für Sie als Kind ja selbstverständlich, in Afrika groß zu werden oder hatten Sie manchmal auch das Gefühl, wieso bin ich hier eigentlich, gehöre ich hier hin? Das hatte ich nie. Es war immer so ganz selbstverständlich. Das ist halt meine Heimat und mein Zuhause. Und auch weil die Familien beider meiner Eltern wirklich schon seit fünf Generationen in Namibia sind, habe ich mich auch immer sehr, sehr stark mit Namibia verwurzelt gefühlt. Und meine Großmutter war da auch besonders inspirierend in der Hinsicht, dass sie sehr viel immer Familiengeschichte, vor allem auf Namibia bezogen, gesammelt und weitererzählt hat und mich da auch sehr aufmerksam drauf gemacht hat, was es einfach bedeutet, da zu leben, dass es für mich nie irgendwas anderes gab. 1870 kamen Ihre Vorfahren erstmals nach Namibia, damals als Missionare. Welche Rolle spielte dieses Erbe innerhalb der Familie? Eigentlich kaum noch eine Rolle, außer halt die Geschichten meiner Großmutter, die sehr darauf bedacht war, das weiterzugeben, dass die Familie nach Namibia gekommen ist, was für eine schweren Schicksale sie gehabt haben. Und erst sehr viel später hatte ich dann auch mich einfach mehr damit befasst, was es eigentlich bedeutet, dass die Missionare nach Namibia gekommen sind und dass das ja auch ein sehr zwiespältiges Verhältnis ist, weil die Missionare ja zum Teil wirklich missioniert haben und dadurch den Kolonialismus sehr viel weitergebracht haben. Und ich habe mich dann auch mit der... Und er hat das alles dann mit dem Kolonialismus und dem Herero-Krieg sehr, sehr kritisch gesehen und das, was ich sehr interessant fand, als der Herero-Krieg damals ausgebrochen ist, wurde zu ihm jemand geschickt, der ihn abholen sollte und in Sicherheit bringen sollte, ihn und seine Familie. Und da hat er gesagt, nein, er bleibt bei seinen Leuten und seine Leute waren die Hereros, seine Gemeinde. Und er ist dann die ganze Zeit mit seiner Gemeinde mitgezogen, bis dann irgendwie nach ein paar Monaten die Hereros gesagt haben, sie können ihn nicht mehr vor den anderen Hereros schützen, die also nicht zu seiner Gemeinde gehören. Und ihn dann begleitet haben und ihn dann begleitet haben und zum Deutschen fortgebracht haben. Konnte er Leute schützen damals vor diesem Völkermord 1904? Er hat es versucht. Er hat also auch vor allem danach sehr stark versucht, Leute zu schützen und sich einzusetzen für die Herero, die dann in Gefangenschaft waren. Das aus Briefen, die er an, ich glaube jetzt Leutnant von Trotha, hervorgeht, dass er sich dafür sehr eingesetzt hat. Und dann war er schwer enttäuscht von den Antworten, die er bekommen hat und hat da, glaube ich, auch so ein bisschen diesen Glauben an, was da geschehen ist, verloren. Also einfach an diesen Kolonialismus. Das ging dann aus seinem Buch hervor, wo ich dann auch gedacht habe, okay, menschlich hat er es wirklich sehr gut gemeint und hat dann auch seine Fehler erkannt, die zum Teil gemacht wurden im Allgemeinen. Sie selbst sind zum Teil auf einer sehr, sehr einsam gelegenen Farm aufgewachsen. Viele denken bei Farm jetzt vielleicht unwillkürlich an den Film jenseits von Afrika, selbst wenn er in Kenia spielt. Wie sah die Farm Ihrer Kindheit aus? Ja, also die Farm ist einfach ein großes Stück Land. Unsere Farm ist 7000 Hektar groß. Das kann man sich in Deutschland schwer vorstellen. Und man hat halt irgendwie neun Kilometer bis zum nächsten Nachbarn und dazwischen ist einfach Busch. Und es ist irgendwie spannend, es ist aber auch sehr, sehr einsam. Was wird dort angebaut? Gar nichts, weil also Namibia ja sehr, sehr trocken ist. Ist Anbau von Pflanzen sehr schwierig. Aber es ist eine Rinderfarm, was auch sehr, sehr allgemein in Namibia ist, mit Rindern zu farmen. Die aber nicht für Milch, sondern hauptsächlich für Fleisch gefarmt werden. Ein Leben in der Natur am Rand der Wüste. Wie haben Sie sich da die Welt erschlossen in dieser totalen Abgeschiedenheit? Es ist auch ein bisschen das Spannende, dass man sich so vorstellt, man lebt auf der Farm und ist ganz abgeschieden. Aber für die Kinder hieß es auch, dass sie 300 Kilometer entfernt in die Schule geschickt wurden und dadurch im Internat gelebt haben. Dass man also eigentlich relativ selten auf der Farm oder zu Hause war. Weil man irgendwie in den Schulferien nach Hause konnte und dazwischen mal für ein langes Wochenende. Und sonst war man die ganze Zeit in der Stadt, also in meinem Fall in Swakopmund an der Küste, in einem Internat mit seinen Freunden und hat von der Farm relativ wenig mitbekommen. Ich habe mir so ein Internatsleben als Berliner Schülerin immer sehr einsam vorgestellt. Für Sie war das genau umgekehrt? Es war genau umgekehrt, einfach weil man 24 Stunden mit seinen Freunden zusammen ist und auf der Farm hat man das eher weniger. Also da habe ich mich oft wahnsinnig gelangweilt und weil es dann nicht so viel Spaß macht, alleine irgendwie im Busch rumzulaufen oder sich irgendwas auszudenken. Namibia hat nur 2,1 Millionen Einwohner. Eine Bevölkerungsdichte von zwei bis drei Einwohnern pro Quadratkilometer zum Vergleich. In Deutschland sind das nicht zwei bis drei, sondern 226. Ein großer Teil des Landes ist Wüste. Was erleben Sie inmitten dieser Landschaft? Wie kann man das Leuten beschreiben, die noch nie in einer Wüste waren? Das ist schwierig. Also was ich immer sehr schön finde von der Wüste ist, dass sie einfach so wahnsinnig viel Platz hat. Und dass man so auf den ersten Blick meint, hier ist Wüste, hier ist gar nichts. Und wenn man aber genauer hinguckt, dass sich einem plötzlich so viel erschließt an kleinen Pflanzen, an kleinen Tieren, die man so auf den ersten Blick gar nicht wahrnimmt. Und zum anderen einfach, es ist eine unheimlich schöne Landschaft und in der alles trotz dieser Wüste super gut funktioniert und alles darauf eingestellt ist, da zu überleben. Was funktioniert da? Also einfach so, die Tiere sind darauf eingestellt, durch kuriose Entwicklungen wirklich trotzdem Wasser zu haben. Oder die hübschesten kleinen Pflanzen blühen irgendwie unter dem einen kleinen Felsvorsprung. Das finde ich halt das Spannende, dass das möglich ist. Ich habe in der Vorbereitung auf unser Gespräch Kolleginnen befragt, die durch Namibia gereist sind und die beschrieben als erstes die vielen deutsch anmutenden Dörfer. Das ganze Land, haben sie gesagt, sei eigentlich wie ein großes Dorf, maximal geprägt von so einer Art Kleinstadt-Mentalität. Sehen Sie das auch so? Ja, das ist schon so. Es ist so ein bisschen, dass viel von Namibia halt alte deutsche Architektur zum Beispiel zeigt und es sehr diese, so ein bisschen deutsch wirken kann. Dabei muss man allerdings sagen, dass die wenigsten Touristen in den Norden Namibias, also nördlich von Etosha-Pfanne, kommen. Etosha-Pfanne? Etosha-Pfanne, das ist ein Nationalpark mit einer riesengroßen Salzpfanne. Und nördlich davon ist das Ovamboland, was auch nie so richtig, also das wurde nie kolonialisiert früher. Und dadurch ist es nochmal ein ganz großer Schnitt, der sehr, sehr anders ist, den aber die wenigsten Touristen wahrnehmen. Und auch viele Namibia, also wenn ich jetzt sage, weiße Namibia, die nicht von da kommen zum Beispiel, das noch nie gesehen haben, dass es auch ein wirklich sehr afrikanisches Namibia gibt. Wie fing das an, dass Sie selbst wahrgenommen haben, dass Sie als weiße Afrikanerin zu einer Minderheit gehören? Es war eigentlich schon auch als Kind in dem Sinne klar, dass es, als ich aufgewachsen bin, gab es ja den Unabhängigkeitskrieg oder also Liberation Struggle, sagten wir, mit Terroristen. Und das war für mich also schon sehr präsent, weil man immer aufpassen musste, weil man andauernd in der Schule Bombenanschlagübungen durchgeführt hat. Ich habe nachts immer Angst gehabt, dass ein Terrorist mir durchs Fenster irgendwie einsteigt und habe mit Wäscheklammern meine Gardinen nochmal extra zugemacht, damit die da nicht durchgucken können. Also es sind so Sachen, in dem Sinne war es schon sehr präsent, dass es uns und die anderen gab, so ein bisschen. Und dass wir da anders sind, es wurde auch von Deutschen, die ins Land kamen, halt oft sehr kritisiert, dass wir als weiße Namibia diese Apartheid haben, was man als Kind ja gar nicht so richtig alles begreifen kann. Im Gerust lebt als weiße, politisch engagierte Künstlerin in Namibia und Deutschland. Heute ist sie bei uns im Gespräch hier im Deutschlandradio Kultur. Sie haben, Frau Rust, nach der Schule zunächst in Südafrika Grafikdesign studiert, dann Tourismus und erst danach zur Kunst gefunden. Mit einem Fernstudium wiederum an der Universität von Südafrika. Es ist die größte Uni Afrikas mit Sitz in Pretoria. Sind diese Fernstudien weit verbreitet, weil das Land eben so dünn besiedelt ist und es wahrscheinlich in Namibia auch kaum Universitäten gibt? Ja, also so ein Fernstudium ist schon sehr weit verbreitet, aus genau den Gründen, dass es für jeden irgendwie zugänglicher ist. In Namibia gibt es eine Universität, die ist aber halt einfach durch die Größe der Bevölkerung auch limitiert, was sie anbietet. Und das Kunststudium, das sie anbietet, ist in dem Sinne auch klein und wird nicht international akzeptiert. Und deswegen war es für mich dann klar, Kunst über ein Fernstudium zu studieren, was allerdings auch sehr, sehr ungewöhnlich ist. Also ich weiß von zwei oder drei anderen Leuten, die das irgendwann vorher mal auch schon gemacht haben. Hatten Sie da schon Internet? Nein, es fing so Mitte des Studiums langsam an. Und vorher kam dann das Material per Post? Es kam per Post, das kann man sich heute fast gar nicht mehr vorstellen. Und man hat öfter mal telefoniert und es war allerdings auch mit dem Fernstudium in Kunst so, dass man zwei bis vier Mal nach Südafrika reisen musste im Jahr, um seine Arbeiten vorzustellen. Also dazu musste man präsent sein. Wie kamen Sie überhaupt auf die Idee, Kunst zu machen? Welche Kunst haben Sie selbst erstmals bewusst wahrgenommen? Ich habe mich immer irgendwie für Kunst interessiert. Und in Namibia gibt es nicht sehr, sehr viele Künstler, die jetzt wirklich was anderes malen als die sogenannten Touristenbilder. Also irgendwie einfach nur Tiere oder schöne Landschaften von Namibia, sondern irgendwie Kunst mit Tiefgang, was ich halt immer sehr, sehr spannend fand. Und ich kannte halt oder habe in meiner Schulzeit einen Künstler kennengelernt, Kurs von Ellinghaisen, der sehr spannende Bilder gemacht hat, was mich wahnsinnig fasziniert hat. Zum Beispiel eine Wüste, in der plötzlich ein Loch ins Nix durch den Boden ging. Also so mit optischen Illusionen gespielt. Und für mich war Kunst halt immer wichtig, aber dann als Studiengang am Anfang war es nicht sinnvoll, Künstler zu werden, weil man muss ja auch irgendwo gucken, dass man Geld verdient. Und da wurde einem sehr schnell klargemacht, dass Künstler sein nicht ein Job ist, mit dem man Geld verdienen kann. Was hat Sie aber selbst zur Kunst gedrängt? Also war das jetzt die Lust, mit Techniken und Materialien umzugehen oder doch eher der Drang, Botschaften ausdrücken zu wollen? Ich glaube, für mich ist es immer sehr, sehr wichtig gewesen, die Welt zu verstehen. Und weil ich auch früh gemerkt habe, dass ich auch andere Blicke auf die Welt habe als die meisten Leute um mich herum, habe ich gemerkt, dass es mir wichtig ist, mein Verständnis der Welt irgendwie auszudrücken und es mit Leuten zu teilen. Und Kunst ist da irgendwie eine sehr geeignete Form, die mir einfach viel Spaß gemacht hat. Sie haben in Namibia wichtige Kunstpreise gewonnen. Wie ist Ihr Status dort als weiße Künstlerin? Es ist, also ich bin sehr bekannt als Künstlerin, aber es ist auch schwierig in dem Sinne, dass ich halt weiße Künstlerin bin. In dem Sinne, dass nachdem ich das erste Mal den Standardbank Namibia Benale Preis gewonnen habe, so der größte Kunstpreis in Namibia, da dachte ich, wow, jetzt stehen mir die Türen offen. Und dann hieß es aber immer wieder, wenn ich mich für irgendetwas beworben habe, du bist nicht schwarz, das kriegst du nicht. Also obwohl ich irgendwie das gute CV hatte mit den guten Preisen. Und es kam bis zu dem Punkt, wo ich irgendwo mal angerufen habe, um mich um die Stipendienregulationen zu erkundigen. Und da wurde mir am Telefon gesagt, ich höre schon, dass du weiß bist, vergiss es einfach, mach dir gar nicht die Mühe. Dich zu bewerben, weil wir dich nicht unterstützen werden. Und das war für mich sehr, sehr schockierend, weil ich gedacht habe, das, was ich tue als Kunst, in dem Sinne nicht gewertschätzt wird. Und das ist sehr halt dieses Oberflächliche, ob man nun weiß oder schwarz ist, darauf fokussiert ist. Und ich glaube, das hat mich dann so ein bisschen dazu gepusht, um einfach noch viel mehr in die Tiefe auch in meine Arbeit zu gehen. Also einfach wirklich immer unter die Oberfläche zu gucken in ganz vielen Dingen, die ich in meiner Kunst mache. Ich hatte gedacht, dass wenn allgemein in der Gesellschaft das Verhältnis zwischen Schwarzen und Weißen noch immer sehr konfliktbeladen ist, dass es vielleicht innerhalb so einer Künstlerszene anders ist. Ja, es ist anders. Also in der Künstlerszene ist es immerhin so, dass sich Schwarz und Weiß sehr viel eher mischt und gemeinsam arbeitet. Es ist aber trotzdem auch ein sehr, sehr kleiner Kunstmarkt in Namibia. Und dadurch ist es so als Künstler, als Einzelkämpfer, dann am Ende geht es dann doch jedem eigentlich um sich selber so ein bisschen mehr. Und natürlich erkennen dann auch die schwarzen Künstler, dass sie einfach einen Vorteil haben dadurch, dass sie schwarz sind. Und andersrum weiß ich als weiße Künstlerin, muss ich halt jetzt viel mehr arbeiten und irgendwie anders mein Leben gestalten. Und vorher war es, also vor der Unabhängigkeit war es dann vielleicht genau andersrum. Sie haben vorhin schon erzählt, wie Sie sich mit Ihrer eigenen Familiengeschichte in Namibia auseinandergesetzt haben. Und Teile davon sind auch in eine Serie eingegangen, die heißt Memories. Fotos, Briefe, die haben Sie übermalt, kollagiert, zum Teil liegen die verschwommen hinter Plastik, das von einem Duschvorhang stammt. Ist das Persönliche in Ihren Arbeiten immer auch politisch? Ich glaube, meine Arbeiten sind immer superpersönlich und dann merke ich plötzlich, dass das Persönliche auch politisch ist und dass man das gar nicht so trennen kann, obwohl ich mich persönlich eigentlich gar nicht als politische Person sehen würde. Und bei der Memories-Serie war es wirklich sehr stark, hat es damit zu tun, dass ich verstehen wollte, warum das Verhältnis zwischen meiner Mutter und meinem Großvater, also ihrem Vater, den ich nie kennengelernt habe, immer sehr, sehr schwierig war. Und habe dann aufgearbeitet, einfach diese Geschichte aus den Erinnerungen meiner Mutter und Großmutter, dass mein Großvater halt für sechs Jahre im Konzentrationslager in Südafrika war, während dem Zweiten Weltkrieg. Und das waren auch die ersten sechs Lebensjahre meiner Mutter, da hat sie ihn also nie gekannt. Und das Thema habe ich dann aufgearbeitet für mich. Das heißt, in dem Moment, in dem Namibia unter südafrikanisches Mandat kam, hat man die Deutschen interniert? Als der Zweite Weltkrieg anfing, haben die Südafrikaner und namibische Regierungen oder die haben halt gesagt, lieber schnell alle deutschen, deutschsprachigen Männer ins Konzentrationslager zu schicken, damit es in Namibia nicht auch noch Kämpfe gibt. Und es gab noch einige andere Hintergründe. Aber was dann spannend war, dass ein Künstlerfreund von mir, der ein Owambo ist, dem hatte ich dann mal meine Arbeiten gezeigt. Und er fand es dann sehr, sehr spannend, dass er über diesen Teil der Geschichte gar nichts wusste. Also, dass es den Deutschen in Namibia auch sehr schlecht ging und dass sie so für eine lange Zeit die Underdogs waren. Und er hat dann gesagt, du, das musst du öffentlich zeigen. Das kannst du nicht nur für dich machen, weil ich das nie in der Schule gelernt habe. Und so hat sich das dann einfach entwickelt, dass ich beschlossen habe, das zu zeigen mit wahnsinnig interessanten Responses, Antworten und Reaktionen von allen möglichen verschiedenen Leuten. Namibia war von 1884 bis zum Ende des Ersten Weltkrieges eben deutsche Kolonie. Seit 1920 stand das Land dann unter südafrikanischer Verwaltung. Unabhängig ist Namibia ja erst 1990 geworden, wird seitdem von der SWAPO regiert. Das war ja mal eine marxistische Befreiungsbewegung. Wie demokratisch oder auch nicht ist das Land heute? Ja, also offiziell sind wir eine Demokratie. Dadurch, dass die SWAPO aber eine Zweidrittelmehrheit hat, ist die Demokratie auch variabel zu sehen. Also, die kleineren Parteien haben da wirklich relativ wenig Mitspracherecht. Trotzdem, wir haben in Namibia bis jetzt immer noch eine relativ friedliche und gute Regierung gehabt. Also, dass man sich schon oft über Dinge ärgert, aber das tut man ja bei jeder Regierung. Und es gibt auch Korruption und viele Dinge, die nicht ganz so toll sind. Aber toi, 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 bis jetzt ging es immer noch mehr oder weniger gut. Die Probleme Namibias sind eine Inspirationsquelle für die Künstlerin Imke Rust, die zwischen Windhoek und Berlin pendelt und heute mein Gast ist hier im Deutschlandradio Kultur. Über eines ihrer Projekte, Frau Rust, würde ich gerne ausführlicher sprechen. An Infinite Scream, der unendliche Schrei heißt es. Eine Auseinandersetzung mit den Folgen des Phosphorabbaus am Meer und des Uranabbaus vor allem in der namibischen Wüste. Warum lässt Sie dieses Thema nicht mehr los? Es ist einfach, liegt mir wiederum sehr persönlich am Herzen, weil ich genau da aufgewachsen bin, wo dieser Uranabbau stattfindet, also in Zbock und Mund und in der Umgebung. Und die Wüste und Natur da besonders liebe und irgendwie auch halt genau dieses gemerkt habe, dass man zwar oft denkt, ach, das ist ja nur Wüste, da ist ja Sand, nur Sand, da ist nichts. Und dass mir aber sehr bewusst ist, wie viel Reichtum an Tieren und Pflanzen da ist und einfach auch, was für eine schöne Landschaft das ist. Und dann gab es in Namibia, also dann sollte ein Chemiewerk auch noch in der Wüste gebaut werden, um die Oranminen zu beliefern. Und es ist jetzt immer noch im Gespräch, dass aus dem Atlantischen Ozean vor der Küste Phosphat abgebaut werden soll, was nirgendwo anders in der Welt zugelassen ist. Und das ist halt so ein bisschen, wo ich Angst habe, dass unsere Politiker viel zu freigebig in dem Sinne sind und sagen, ach, da bietet mir jemand Geld oder ich kriege meinen persönlichen Mercedes, wenn ich dem einfach so ein Stückchen Erde verkaufe, das mir im Moment eh nichts nützt. Und dadurch immer mehr große Oranminen gebaut werden und die wirklich das Land zerstören. In welcher Weise? Also zum einen, weil einfach dieses Oran wirklich aus der Erde herausgeholt wird und giftig ist und strahlen tut. Also dass wirklich viele der Arbeiter in den Minen, die relativ niedrige Gehälter haben, die dann selber aber die ganze Zeit mit diesem Oran in Verbindung kommen und dadurch also auch zum Teil gesundheitliche Schäden bekommen. Und einfach, es sind wahnsinnig riesige, große Löcher in der Natur, die wirklich aussehen wie Narben. Und das ist für mich einfach so irgendwie, als ob ich das an meinem eigenen Körper fühle, wenn man sieht, wie zerstört diese schöne Landschaft ist. Und klar gibt es auch vielen Leuten Arbeit und es gibt Geld für Namibia, was man nicht ganz unterschätzen kann. Aber ich glaube, dass man trotzdem mit sehr viel größerer Vorsicht daran gehen muss und nicht jetzt alles an Ärzten verkaufen soll, die vor allem immer ins Ausland gehen. Und irgendwann gibt es gar nichts mehr. Sie haben verschiedene Landart-Projekte dazu realisiert. Kann man sich alles auf Ihrer Homepage ansehen, impgerust.com, zum Teil auch kaufen. Zum Beispiel haben Sie 99 schwarze Rosen in den Wüstenboden gesetzt, als Zeichen der Trauer über Umweltzerstörung. Sie haben große spiralförmige Salzkreise auf die Erde gestreut und Felsen mit Stoff überzogen, der so fluoreszierend leuchtet. Grün, pink, ganz grell inmitten der beige-braunen Natur. Sind das Projekte, die vor allem jetzt über die Dokumentation, also über Fotos, Filme, Texte an die Öffentlichkeit kommen oder kommt das Publikum auch zu Ihnen in die Wüste und sieht da, wie Sie vor Ort arbeiten? Nein, also diese Arbeiten sind sehr bewusst nur als Dokumentation zu sehen. Und zwar habe ich gedacht, wenn ich auf diese Umstände der Zerstörung und der möglichen Vergiftung der Natur bewusst machen will, dass ich dann nicht hingehen kann und selber zum Beispiel einen Stein mit pinker Farbe anmalen, weil dann tue ich genau das Gleiche, was ich gerade irgendwie kritisiere. Und habe also all die Arbeiten darauf angelegt, dass sie irgendwie Dinge bewusst machen, wie die fluoreszierenden Steine, die einfach sagen, oh, hier stimmt irgendwas nicht in der Wüste. Und dann aber wieder alles sofort abbauen und wirklich so wenig wie möglich, bis keine Spuren zu hinterlassen und keinen Schaden anzurichten vor allem. Wie offen ist denn die namibische Gesellschaft für Kunst, die die Zustände im Land kritisiert? Nicht besonders offen und zwar ist es wiederum so, dass Leute so im Geiste schon offen sind zum Teil und zum Teil aber auch nicht. Und da ist es ganz stark so, dass sobald es dir ans eigene Einkommen geht, wird es ganz, ganz schwierig. Und man ist gerne so, dass man halt über Dinge spricht und kritisiert. Aber wenn es dann wirklich zu aktuellen Taten kommt, dann hält man sich eher zurück. Hat man versucht, Ihre Ausstellungen zu behindern? Ja, das war also in dem Sinne, dass ich, ich hatte die Ausstellung gebucht und war auch sehr willkommen, weil ich einfach wirklich einen Bekanntheitsgrad habe. Es wurde auch gar nicht nachgefragt irgendwie im Detail, was ich ausstellen will. Und als ich beschlossen habe, das einfach schon im Vorherein anzugeben und zu sagen, was ich genau machen will, kam plötzlich eine Absage. Und das bezog sich auf dieses Uran-Thema? Und es bezog sich sehr spezifisch, nannten Sie das auch. Das fand ich auch spannend, dass Sie es in Ihrem Brief so geschrieben haben und gesagt haben, dass es nicht allen Interessen der Zwokob-Munder-Gesellschaft irgendwie gerecht werde und dass das Thema sehr politisch belastet ist und dass Sie deswegen die Ausstellung lieber nicht zeigen wollen. Sie sind jetzt wer in diesem Fall? Das war die Kunstvereinigung von Zwokob-Mund. Eine staatliche Institution? Keine staatliche, sondern eine private Institution. Und das fand ich halt auch, ich habe immer gedacht, wenn ich irgendwo Kritik bekomme, dann vielleicht von der Industrie, also von den Minen selber oder vielleicht von der Regierung oder irgendeiner staatlichen Institution und aber nicht von einem Kunstverein. Das hat mich schon sehr erstaunt. Aber da merkt man auch wieder einfach, wie es in so einer sehr kleinen Gesellschaft doch viele Dynamiken gibt, denen man eigentlich sehr bewusst sein muss. Und da bin ich vielleicht ein bisschen naiv, weil ich dachte, ich tue ja was Gutes und auch meine Kunst ist darauf ausgerichtet, nicht zu kritisieren, sondern wirklich Lösungen anzubieten und Kommunikation über das Thema herzustellen. Gerade haben Sie mit Ihrem deutschen Partner einen Film auch zu diesem Thema gemacht. Im Internet kann man auch schon ein erstes Video sehen, in dem Sie Passanten bitten, vor der Kamera so eine schreiende Pose einzunehmen, wie das Gesicht in Edvard Munchs Gemälde, der Schrei. Welche Idee steckt in diesem Filmprojekt? Mich hat der Schrei einfach immer fasziniert, dass er einfach so ein wirklich weltweit bekanntes Bild ist. Und irgendwann fiel mir dann auf, dass es in Zwackopmund eine Brücke gibt, die irgendwie diesem Steg in dem Bild sehr ähnlich ist. Und auch der Hintergrund des Bildes von Edvard Munch, dass er plötzlich die Natur spürte oder den Schrei der Natur spürte und den ausgedrückt hat, diese Angst. Das fand ich sehr symbolisch, super zusammenhängend. Und habe dann gedacht, das will ich auch machen und einfach nachempfinden und Leute bitten, für mich diesen Schrei nachzuempfinden. Berlin und Windhook sind die Lebensmittelpunkte der namibischen Künstlerin Imke Rust, heute im Gespräch hier im Deutschlandradio Kultur. Wie wirkt sich das eigentlich aus, das Pendeln zwischen Deutschland und Namibia auf Ihre Kunst? Hat sich Ihre Sicht auf Afrika verändert, seit Sie in Deutschland sind? Auf jeden Fall. Also zum einen für mich ist das Gefühl, freier arbeiten zu können, weil man in Namibia halt doch immer diese Schere im Kopf hat der kleinen Gesellschaft. Und auch halt genau dieses, ich bin weiße Künstlerin in Namibia, es stehen viele Dinge dann plötzlich im Vordergrund, die man mit dem Abstand aus Berlin ganz anders nochmal wahrnimmt. Und man hat irgendwie eine größere Klarheit irgendwie durch diese Distanz. Und ja, Dinge zum Beispiel wie namibische wilde Tiere zu malen, habe ich mich immer ganz doll zurückgehalten, weil ich gedacht habe, dann fällt man sofort in diese Kategorie der schönen Landschaftsmaler. Und jetzt plötzlich kann ich das irgendwie distanzierter betrachten und gebrauchen. Antilopen, Nashörner, Hyänen. Was fasziniert Sie an diesen Tieren? Gar nicht so sehr die Tiere, sondern die Botschaft, die ich darüber ausdrücken kann. Und da finde ich, Tiere sind sehr spannend, weil sie einfach viel Lebendiges und Menschliches haben, ohne dass der Mensch sich persönlich dadurch angesprochen fühlt. Also ich kann zum Beispiel mit einer Hyäne oder einer Antilope Gefühle und Gedanken über Korruption rüberbringen, ohne dass ich irgendeinen Menschen ganz direkt darauf anspreche. Und dadurch können Leute es oft Botschaften, die sonst schwierig sind, besser verstehen und akzeptieren und auch tiefer fühlen. Zum Beispiel in einer Arbeit, in der Sie sich mit dem namibischen Staatswappen beschäftigt haben. Auf dem sieht man zwei Antilopen. Was haben Sie mit denen gemacht? Also das namibische Staatswappen hat eigentlich zwei tolle Oryx-Antilopen, die stolz und kräftig dieses Wappen umranden. Und irgendwie, als ich das Bild gemalt habe, hatte ich so gedacht, in Namibia geht so vieles verkehrt und es gibt so viel Korruption. Es wird so viel gewildert, Dinge, die einfach nicht so sind, wie ich mir das stolze, tolle Namibia, das mein Zuhause ist, vorstelle. Und hatte dann plötzlich vor mir das Bild dieser gekrümmten Embryos, weil Namibia als Namibia ja auch noch sehr jung ist. Also wir sind ja jetzt gerade mal 24 Jahre unabhängig. Und dann habe ich gedacht, es ist so ein bisschen, als ob wir noch in diesen Kinderschuhen stecken und aber schon oder noch ganz verkrüppelt sind und noch gar nicht diese stolze, kraftvolle Haltung wirklich leben können, die unser Wappen darstellt. Wo haben Sie das gezeigt in Namibia? Das ist ja schon sehr harte Kritik. Ja, das ist noch nicht gezeigt worden und ich habe im nächsten Jahr eine Ausstellung in der Nationalen Kunstgalerie in Namibia, wo ich allerdings auch noch nicht weiß, ob ich das Bild da zeigen werde, weil ich einfach sehr viel mehr gemerkt habe, dass es nicht mehr ganz so einfach ist, kritische Arbeiten zu zeigen. Es gibt so harte Arbeiten in Ihrem Werk, aber es gibt auch ganz weiche, wenn ich das so sagen kann. Ich habe überlegt, ob ich mir auf Ihrer Homepage ein intuitives Kunstelixier bestelle. Das hat mich echt neugierig gemacht, aber ich kann mir noch nicht genau vorstellen, was das ist. Sie kündigen es an als magisches, visuelles Stärkungsmittel zur Veränderung und seelischer Heilung. Klingt ein bisschen esoterisch. Was ist das? Ja, also ich bin sehr spirituell und die Kunst hat mich, glaube ich, noch viel spiritueller gemacht, dass ich einfach gemerkt habe, wie viel Kraft die Kunst hat und auch wie viel Bedeutung und dass ich mir immer schon überlegt habe, dass ein Regentanz früher wirklich Regen gebracht hat und dadurch sehr viel Research gemacht habe, über was kann Kunst bewirken und gemerkt, dass ich da ein Talent habe, auf Leute einzugehen und denen Bilder zu malen, die wirklich etwas bedeuten, die nicht nur schöne Dekorationen sind, sondern die dir auch Kraft geben oder Dinge erklären, die dir sonst vielleicht irgendwie nicht klar sind. Das heißt, mir geht es schlecht, ich brauche eine Kraftdosis und dann schaue ich mir das Bild an, das Sie für mich gemalt haben. Genau so. Die Künstlerin Imke Rust, auf ihrer Homepage kann man sich all die Arbeiten ansehen, über die wir gesprochen haben, www.imkerust.com. Ich danke sehr für Ihren Besuch. Vielen, vielen Dank und danke fürs Zuhören. Vielen Dank und danke fürs Zuhören.